ich wünsche das auch sondern ganz kurz und dann will ich noch mal ganz kurz die aufnahmen läuft noch nach drei stunden weiß man das nicht so fälle nicht mehr die quelle oder wie die kelle wird angezeigt auf der karte auch nicht weltkarte lokale karte kurze erbaute hütte ricks haus verlassenes heim ich habe echt gesagt keine ahnung woher die kommen ich möchte mich wirklich diese ameisen entfernen die gehen mich mächtig auf die eier gucken hier drin ist jetzt nichts mehr oben gucken ob es hier noch irgendwas zum looten gibt dann müssen uns jetzt ein bisschen die in der stadt umschauen irgendwie sind die ameisen gar nicht mehr da habe ich das gefühl ich höre nämlich nicht mehr dieses dieses gestampfen ich dachte es wäre dieses gestampfen von denen das ist irgendwann nix ok das nektar ist nicht mehr aktiv das nektar ist aber sehr praktisch muss ich sagen ich sehe gerade keine wo ist denn hier einer irgendwo ist hier einer ich sehe ehrlich gesagt aber keine mehr sehr nah aber doch so fern ich habe hier hinter oh du dreckst kassi oh das ist gut die können uns nichts mehr wenn wir hinter denen sind oh so puh da fang ich schon an zu schwitzen alter gut ähm ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht wo von wo die kommen wie viel brauchen wir eigentlich noch für das level also für das nächste level hier müsste das sein ähm status ja hier ist alles heilen level 5 sind wir radioaktiv naja sollte man sollten wir uns mal was reinhauen ähm stimpeg könnte man reinknallen ähm Fertigkeit Extras ähm vatersöhnen stehen das sind unsere Extras also wir brauchen noch recht viel EP gut äh notizen haben wir keine mehr aber schon einige ne ähm radio diesen radikalen sind sie völlig mhm äh radio können wir leider nicht hören das finde ich schon ein bisschen traurig ähm so die weltkarte ich glaube wir haben tatsächlich noch ein bisschen wir haben noch einiges zu tun so ähm hier die quille der feuerameise entfernen aber ich weiß ja nicht wo die ist optional abwehrmittel ähm abwehrmittel an drei maulwurfsratten ausprobieren ich weiß gar nicht wo die maulwurfsratten sein sollen aber dafür gibt es aber glaube ich auch einen Ort dann passt auf dann machen wir das mal Ort anzeigen ist ja da dann machen wir das davor reise ich aber was sagt was sagt unser Gewicht oh das geht noch klar dann passt auf Leute dann nehme ich jetzt mal ganz kurz äh Waffen dann packe ich mir mal auf die 1 ähm da auf der 1 ja jetzt noch 1 das ist die 1 okay das ist irgendwie eine klebrige Säure oder was auch immer dran ist ähm kaputte Gegenstände können erst ja ich weiß gut dann würde ich sagen können wir hier mal ein bisschen warten damit es wieder Tag ist ähm jom 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 kann man eigentlich angegriffen werden wenn man gerade wartet ist bestimmt nicht langweilig irgendwie 13 Stunden an einem Punkt zu stehen aber hey ich muss es ja nicht machen ähm der Punkt ist jetzt markiert auf der Karte oder? Wildkarte ja das ist er ich hoffe wir kriegen keine Fliege Fliegenprobleme mehr der ist heile okay oh für den Fall der Fälle können wir nämlich auch für die Ameisen benutzen können wir nicht hier wir können nicht hier rüber oder? nein können wir nicht oder doch können wir oder können wir das nein ich naja geht nicht toll ich dachte man kann sich vielleicht ein bisschen drüber cheaten naja cheaten kann man es nicht nennen tricksen hier geht es denn wahrscheinlich auch nicht das heißt wir müssen ganz außen rum oder wie? wo das denn jetzt? ach da funktioniert aber auch bei denen gut ne? wie viel Schaden macht er denn? mal ganz kurz gucken äh der macht 4 Schaden okay also viel ist das gar nicht hat sie aber nach hat sie aber hat irgendwie war irgendwie sehr effektiv vom Schaden habe ich das Gefühl gehabt wir können hier wirklich nicht rüber wie kommen wir denn da sonst hin? müssen wir jetzt wirklich alles außen rum gehen? oder wie? oder wie müssen wir da jetzt hin? ähm 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 Mario Gold Station achso wir können also über die Station dahin mag das sein ähm toll ähm ich glaube hier ist auch die Quelle ich glaube hier ist die Quelle ähm ich habe das Gefühl uns erwartet sowas wie ein Boss okay der ist leer natürlich warum auch Loot bringen ich glaube das wäre ein äh Luca Cola Automat oh der ist leer ähm ich glaube hier ist jemand drinne Moment mal ups ich muss das mal einfach wegpapieren achso hö achso die lebt ja wirklich und wieder habe ich gerade die Lebensanzeige nicht gesehen oder da war wirklich keine ich war gerade total verwirrt können wir da ran mhm irgendwo ist hier auf jeden Fall die Quelle das steht schon mal fest nein oh ich bin doch nicht ach oh 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 au alter 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 ist zu schnell puh war die schnell die war voll schnell irgendwie besser hast du hat man das gesehen ach man ich hoffe das äh quest item geht hier nicht kaputt aber sollte es sollte es schon nicht hier hinten noch mehr Stimpacks kann ich mir eins noch mal direkt reinhauen ist ja irgendwie eigentlich eine schlechte Nachricht ne wenn wir so viele Stimpacks auf einmal bekommen und Munition und sowas ich weiß nicht ob ich das positiv sehen soll mhm ich höre wieder weitere Viecher stehen wir eigentlich immer noch unter dem Effekt aber ich glaube das heißt das ist ja noch anders wo sind die denn ich seh keins hm für ehrlich kommen wir uns ja oh Vorsicht Vorsicht hat schon was zu bedeuten hier ist nix was man looten könnte ich glaube wir müssen nach oben ist da gerade was runtergesprungen ich hoffe oh 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 das ist ja krass nein oh alter trocken hier ist die Quelle sagt los hier ist die Quelle nein oh ich höre noch so ne Ameisen Kacke tja wenn du teuer warst äh war wohl nix komm sterb stirb 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 ich muss fahre weg hin komm nicht hin eigentlich müsste ja die Leiche von ich glaube das war der Vater von dem einem Sohn müsste der eigentlich verbrannt sein ne und nicht äh und nicht und nicht und nicht einfach tot rumliegen ist hier irgendwas drin vielleicht ja ein Skelett hm Verlieberschuss letzte Aufzeichnung oder was hören wir uns die mal an Daten Lotizen ich habe ihn in einem Löschschlauchkasten in einem Wartungsschrank der Metrostation Marigold versteckt der Schlüssel öffnet den Safe mit dem Paket suchen Sie nach dem Raum mit dem Drehlicht Sie können nicht verfehlen viel Glück und hoffentlich bleiben Sie unentdeckt hm also irgendwo in einer Metrostation soll ich weiß nicht wo genau das habe ich nicht richtig verstanden äh weil das immer so leise ist bei mir auf den Ohren ähm sollte irgendwas versteckt sein hm ein Schlüssel um für um 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 Paket zu kommen ähm was im Paket drin ist weiß ich nicht habe ich nicht zugehört beziehungsweise ich habe einfach nicht gehört ich habe versucht konzentriert habe ich das ich habe konzentriert versucht zuzuhören so sagt bitte es ist bald vorbei wo befinden wir uns momentan na ich dachte wir kommen vielleicht da irgendwie rüber gehen wir grad zurück ich glaube wir gehen grad zurück ne achso jetzt sind wir im Grunde im Kreis oder wie verstehe ich nicht es muss hier irgendwo weiter gehen irgendwo muss es weiter gehen kann aber nicht sein dass es alles war wir haben zwar alle feuerameisen hier getötet aber aber stankzigaretten clipboard verdienst ja nehme ich einfach alles mit ähm hier ist noch ein Mülleimer ist hier wirklich aha geht es hier weiter oder kommen wir von hier ah ich glaube wir sind jetzt gleich ähm vielleicht na hier kann schlecht die Familie sein ne ich wollte grad sagen vielleicht sind wir hier Richtung Familie nein ohje miné so ähm ich glaube hier geht es ein bisschen hier geht es weiter deswegen Hilfe den Nektar natürlich wir haben ihn sogar direkt wiederbekommen irgendwo ist hier ne oh ist leer ne ganz normal wie immer ist es hier leer du kakoda yay freu ich mich ein Holzhammer wieder können wir entweder wieder verkaufen oder ja was weiß ich hier ist wieder eine spinne da ist eine die sehe ich sogar das erste mal nein oh oh treffen muss gelernt sein oder muss dann kommen so finito mit dir wo was die nächste wir haben ja Feuerresistenz kein Problem für uns ja treffen wie gesagt pass auf ich hole mir nur ganz kurz eine andere Nahkampfer für Baseballschläger davon haben wir noch mehr und wir haben jetzt einen Holzhammer Moment Moment wir haben Holzhammer 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 der macht null äh der macht null weil der kaputt ist der macht elf standard ich gerade macht zwölf Schaden hm der macht auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden und schlägt auch recht gut also schlägt recht schnell Kopfhörer haben wir richtig angesetzt so ich hoffe nicht dass hier dass ich die Aufnahme zwangsweise beenden muss was wie sieht die kuckst da unter so das ist der andere oder oh alter 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 ihr dreck packt die oh alter Alter, 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 das ist knapp Alter, das ist knapp, das ist so knapp Was, 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 wodurch Ich hab das doch überlebt Ich hab das doch, hä, 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 was Ich hab das doch überlebt, hallo So, überlebt hab ich das Aber ich hätte das gerade, da gerade innen Hab ich das doch auch überlebt, hallo Oder war da noch Restfeuer irgendwie Ich glaub da war doch irgendwie Restfeuer, keine Ahnung Das letzte Mal Pff, keine Ahnung So, ich will meine ganzen Stimpecs nicht verbrauchen Deswegen, ähm, Hilfe Grosbige Eichhörnchen sind mal sehr lecker Voll, Ups Ähm Soll ich mir ein Red Array mal reinhauen Ja, okay Ähm Hm Ich hab da jetzt noch einen Stimpec Krass Bruder Ist ja eher negativ, krass Achso, hier wollte ich lang Ähm Ist hier vielleicht noch Oh, ne, war ich schon, Mist Bin ich bescheuert So Wo sind wir, befinden wir uns momentan auf der Karte Weltkarte, naja Ähm Laserpistole Energizellen Nektar Fleisch Ähm Motorradbrille Naja Ein Schlüssel Für was ein Schlüssel Ich glaub ich guck mir nochmal ein Nektar rein Oder Ist das Nektar noch da So Ich glaub es ist hier, hä Ich glaub wir kommen immer näher der Ja den Punkt wo die wohnen Also wo die, von der Stammpunkt her Können wir den Mal so ausholen Ne Ich dachte man kann so einen Gottesschlag machen Indem man den Hammer einfach ausholt Komm Da ist noch eine Scheiße, da ist noch eine Ich hör zumindest noch eine zweite Kacke Komm Triff, triff, triff Einfach triff 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 doch jetzt Hallo Ich hör noch eine zweite Da Die brauchen immer eine gewisse Zeit bis sie ausholen können Also ihre Feuer aufladen können Also raus Uhuhuhuhu Kugeln können Hätten wir das alles Hätten wir das alles Äh wirklich mit Dings gemacht Ne Hätten wir das Alles mit Dings gemacht Komm auf den Punkt Hätten wir das Hätten wir das alles Äh mit Dings Mit Dings Mit Dings Äh mit Waffen gemacht Wenn wir jetzt arm Was Munition anginge Hier ist wirklich nichts zum Looten Ich dachte hier kommt vielleicht irgendwas zum Looten Aber irgendwie ja nicht Es sieht so aus wie würde da irgendwas reinpassen Ähm gut Pümpel Das nimm ich mal mit So Hier können wir nichts machen Feuer Nektar Hast du heute nachgelassen Dann kann ich mir direkt nach Ähm Pumpen Das ist meine Droge Uhuhu Wobei ich weiß gar nicht Reibt er sich damit ein Eigentlich müsste er sich damit ja einreiben Damit er Resistenza Resistenza Damit er resistent Dass die Resistenz steigt Was Feuer anginge Ähm Kann man natürlich auch mit Öl machen Kann man mal ausprobieren Was dann passieren wird So hier kann man glaube ich rein Auch noch Dann da eben Da war noch eine Tür Das ist ja riesig Ich weiß gar nicht Was ich als erstes machen soll Ich glaube als erstes mal den anderen Gang da rein Ich will ja hier bloß nichts verpassen Wo hat sich eigentlich Oh Wollte sagen der wird jetzt Wettend kaputt gehen Aber ne Crazy Safe Schlüssel Aha Hier drinnen also Löschloch Jetzt Düse Was auch immer das sein soll Jetzt haben wir noch mal weiteren Schlüssel Irgendwelche Fruchte Fruchte Früchte Wir kriegen so viel Munition Ich weiß ja nicht Ob die Munition für Leute ist Die halt recht gerne looten Ähm also so als kleines Extra Bonus Die sich die Welt anschauen Oder einfach nur Wichtig sind Ich gehe jetzt erst einmal hier lang Sind wir wieder hier? Ne Doch wir sind wieder hier ne Ja wir sind wieder hier Das bedeutet wir müssen da wieder rein Oder wie Wir kommen von hier ne Da gab es glaube ich jetzt nicht weiteres oder Da gab es noch irgendwas anderes Ich weiß es nicht Wo kommen wir hier hin Ich glaube wir sind wieder hier ne Hier kann man aber auch hin Ich drehe mal ganz kurz einen kleinen Schluck So Hier waren wir aber noch nicht oder? Ja Sonst wäre es gelootet Bei der ist aber geloot Oh scheiße Ich bin schon wieder überladet Überladen Ähm Kleidung Auf wird eines Und hier Ah jetzt können wir wieder gehen Ich will mir diesen Loot aber auch nicht entgehen Ehrlich gesagt Weil der natürlich sehr wichtig ist Für die Sachen die wir alle craften können Splittermine Oh Die müssen wir mitnehmen Passt auf was ich jetzt mache Achso Das ist Kaputt gehen hier Ach nochmal Schildermine Okay Ähm Jetzt nehme ich mal ganz kurz Hilfe Ne Sonst Was wiegt denn hier so ultra viel Ich glaube einfach die Menge macht es hier Die Cherry Bomb brauchen wir So Können wir wieder gehen Ähm Hauptsache Hauptsache wir können wieder gehen Waren wir hier nicht schon Da hätte ich ja ganz schön viel übersehen Ne Doch wir waren hier schon Okay Wir haben hier ganz schön Krasser Blindfrosch Sag ich mal Blindfrosch Blindfisch Blindfrosch Ähm Hier ist jetzt nichts mehr Das ist auch alles leer Das kann ich noch mitnehmen Ja das habe ich alles gelootet Okay dann waren wir hier Aber dann waren Wo soll ich sonst lang jetzt Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo ich weiter lang soll Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Ähm Moment Da müssen wir hin Oder da gehe ich mal hin Ob wir es müssen Weiß ich nicht Ich kann es nur hoffen So hier war ich ja schon Kann man hier einfach Ich dachte man kann sich hier vielleicht Man soll ja das Versteck von denen finden Ne Vielleicht nicht direkt Versteck aber Wisst schon was ich meine Der Stammpunkt sozusagen Die Herkunft Hier ist leer Vielleicht habe ich irgendwas übersehen Auf dem Weg Achso ja Pümpel Ne Ich alles nehme Na egal Haben wir auch nochmal Pümpel mitgenommen Kann man auch mal machen Ist schon alles leer zu sein Ja Ist alles leer Hier leer 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 Ne hier nicht Das ist alles leer 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 Ich weiß es leer 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 Ich weiß es leer leer leer